Darf ich vorstellen, Casanova, der berühmte Liebling aller Frauen. Ja, sag mal, ist der Herr von Casanova den momentanen festen Banden? Im Gegenteil, wir sind gerade heute von unserem letzten Abenteuer gesund entbunden. Dieser Kuss war nicht unser letzter. Verführer, du! Du schwemmst ja förmlich für ihn. Ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Auch ich will deine Schülerin sein und die Kriegsartikel der Liebe von dir lernen. Sie offenbarte ihre Liebe und du kannst nichts anderes als rennen. Können sich ein echtes Gefühl dahinter verbergen. Ja, und wer, bitteschön, bin ich? involved. Ich wäre ein ganzes Gefühl dahinter.